nachdem es jetzt so steil hoch ging, dachte ich, jetzt wird es langsam angenehm. es war wunderschön hier durch diesen buchenwald zu laufen. und jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es sieht. mensch, geht es da schon wieder hoch. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Morgen! Ja, die Sonne ist über den Berg hinübergekommen und ich habe hier hinten mein Setup schon komplett abgebaut. Ich war ja nicht allein hier heute Morgen. Die Kollegen, die jetzt noch da waren, die sind gerade weg, wollte ich noch einmal zeigen, wie es hier aussieht. Und jetzt geht es weiter nach St. Blasien. Ich sehe gerade, hier kommt man durch eine Schlucht, bevor man nach St. Blasien kommt. Die gucke ich mir doch mal gleich genauer an. Und so wie es aussieht, zieht sich diese Schlucht bis direkt hinunter nach St. Blasien. Es scheinen wohl auch einige Wasserfälle da zu sein, die bis 6 Meter in die Tiefe runtergehen. Gucke ich mir natürlich gleich mal an. Gucke ich mir doch mal an. Ja, wunderbar. Gucke ich mir doch mal an. haben. Ich habe zwar schon gewusst, dass hier irgendwo dieser Wasserfall in der Nähe ist, den wollte ich ja tatsächlich auch besuchen, aber dass es jetzt hier durch eine richtige Schlucht geht, das ist sehr klasse und ihr seht ja wie steil aufragend die Wände hier rechts und links sind. Ja genau nach meinem Geschmack haben wir wieder Wurzelwege, es geht ganz leicht hier wieder bergab, sehr sehr schön, gefällt mir gut. Ja genau. Haha, klasse, das ist ja genau nach meinem Geschmack. Ich bin ja sowieso immer auf der Suche auf dieser Tour gewesen nach schönen Wasserfällen. Das scheint mir jetzt tatsächlich ganz unverhofft einer der schönsten zu sein. Ja, geht hier ziemlich steil runter, muss ich mal gucken, dass ich nicht mit Sandkamera hier runter stolper. Gewicht ist ja nicht leichter geworden da hinten. Ja, da wird dem Wanderen ganz schön was abverlangt. Der Untergrund ist wirklich alles andere als leicht begehbar. Ja, aber wisst ihr ja inzwischen, mir macht es mega Spaß. Und ich glaube da unten kommen wir jetzt auch langsam raus, da ist noch eine Brücke. Also, mir hat es hier richtig gut gefallen, das hätte ich nicht erwartet. Manchmal sind es die Überraschungen, die den Weg so besonders machen. Jetzt sehe ich da das erste Haus. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon St. Blasien ist oder ob da noch irgendwie ein Kraftwerk ist oder so. Das sehe ich mal gleich. Nein, kein Wasserkraftwerk, aber das scheint ein Lost Place zu sein. Ja, es sah irgendwie von der anderen Seite so aus wie ein altes Hotel, was da vielleicht mal stand. Vielleicht auch ein großes Wohnhaus. Okay, und für mich geht es jetzt runter nach St. Blasien. Also, da steht vor allen Dingen eine ganz, ganz besonders tolle Kirche mit so einem Kuppelgewölbe, was sehr, sehr bekannt ist. Das möchte ich mir in jedem Fall jetzt mal anschauen. Und dann gucken wir mal, was St. Blasien noch alles für uns bereithält. Hier hört es jedenfalls schon. Es wird wieder lärmig, nachdem es jetzt so lange Zeit so ruhig war. Ja, so ist es halt, wenn man in die Ortschaften reinkommt. Ja, da drüben sieht man schon rausschauen, das Wahrzeichen von St. Blasien. Das gucken wir uns mal gleich näher an. Ja. Das stimmt. Ja. 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 wow ist das eine türe das sieht man ja riesig ich schaue mal ob ich einen eingang finde und dann gucken wir uns den domal von drinnen an aber da du 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 Ja, es ist schon sehr spannend hier drin. Schon ein ganz schön imposantes Gebäude. Also ich habe jetzt soweit herausgefunden, dass es etwa so 1200 Jahre alt ist. Dieses Gebäude natürlich nicht, aber die Ursprünge, die Benediktinermönche waren hier. Das ist ein Kloster und das Gebäude, so wie man es jetzt hier sieht, ist wohl erst 1950 so richtig entstanden. Es gab zwar Vorgängerbauten, aber die sind oftmals den vielen Brandkatastrophen, die da im Spätmittelalter passiert sind, zum Opfer gefallen. Ja, aber ganz schön interessant, dieses Kloster. Also das ist ein Dom, also keine Kirche, ich habe es falsch gesagt. Ja, mal interessant und ich schaue jetzt mal, was St. Blasien noch so alles zu bieten hat. So, ich bin schon wieder mittendrin, aus St. Blasien raus. Da bin ich noch ein bisschen rumgelaufen. Ja, ist eigentlich ein ganz nettes Dörfchen, aber natürlich, der Dom ist der präsenteste Ort in dem Ort. Und ja, da es jetzt hat von St. Blasien aus relativ langweilig an der Straße entgegangen wäre, habe ich mich jetzt in den Bus gesetzt und bin nach Bernau gefahren. Und seit dort steige ich jetzt wieder hier auf. Gerade ging es durch wunderschöne Wiesen und Felder. Jetzt geht es hier wieder durch den Wald. Zwischendurch sehr, sehr steil. Bin schon wieder am Schnaufen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Boah, mal ein bisschen Schatten. Ihr seht, wie tief das Tal liegt. Da bin ich jetzt gerade hergekommen. Und das ist jetzt ganz spannend hier. Das sieht man jetzt gerade gerade rüber Richtung Herzogenhorn, wo ich am ersten Tag war. Und genau nebendran ist das Ziel, was ich jetzt als nächstes habe, das Spieshorn. Das ist gar nicht so weit tiefer. Das liegt bei 1350, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob man es kennt. Es sind zwei Grasbückel da zwischen dem Wald. Das links ist Herzogenhorn. Rechts nebendran ist das Spieshorn. Da geht es jetzt noch ein Weilchen durch die Sonne hoch. Nachts ist es so kalt, man biebert und friert. Und tagsüber, also zumindest mal um die Mittagszeit, wird es so heiß wie im Hochsommer. Aber ich glaube, da oben komme ich jetzt gleich in den Wald rein. Und dann wird es ein bisschen angenehmer. Wow, geschafft. Ich bin aus der Sonne draußen. Also heute, es ist echt wie im Hochsommer. Unglaublich, gell? Ich glaube, nächste Woche soll es auch noch mal so heiß werden. Wir haben jetzt Anfang Oktober. Also das muss ja jeden durcheinander bringen. Und in der Sonne denn? Es ging jetzt wirklich gefühlt nur so. Aber jetzt für den Wald ist es natürlich angenehmer. Jetzt genehmige ich mir auch mal einen Riegel. Und den zweiten gibt es dann oben auf dem Gipfel. Und ich glaube, dann sind die Reserven wieder aufgefüllt. Ja, heute Morgen hatte ich irgendwie keine Lust auf Müsli. Ich glaube, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Aber die Wasserflaschen konnte ich noch mal füllen. Da habe ich Glück gehabt. Da habe ich eine Frau angesprochen, als ich unten im Ort vorbeikam. Weil da nirgendwo ein Brunnen oder ein Laden war. Und die war dann so nett. Hat nur meine aufgefüllt und noch eine zweite mitgegeben. Also jetzt habe ich erst mal genügend zu trinken. Jetzt mache ich ein Fäuschen. Und dann geht es weiter in die Richtung da hoch. Ja, es geht jetzt, glaube ich, den Großteil bis zum Gipfel oder bis zum Vorgipfel. Da gibt es noch ein kleines Spießhorn. Bis dorthin geht es in jedem Fall im Schatten. Und da bin ich auch froh drum. Nachdem es jetzt so steil hochging, dachte ich, jetzt wird es langsam angenehm. Es war wunderschön, hier durch diesen Buchenwald zu laufen. Und jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es sieht. Mensch, geht es da schon wieder hoch. Aber ich denke, am kleinen Spießhorn bin ich jetzt gleich. Also es kann immer weit sein. Ich habe vorhin gesehen, wir waren gerade so bei 1250 Meter. So 100 Höhenmeter rum müssten es noch sein. Und das heißt, auch mit dem ordentlichen Gewicht auf dem Rücken werde ich den Gipfel erreichen. Oh. Oh. Musik 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 Das Wittchen war sehr, sehr schön. Man konnte nach Metzenschwand runter gucken. Da bin ich noch mal zwei Tage vorher selber gelaufen gewesen und hier hat man wunderbaren Blick darüber auf den Feldberg. Und wenn man ein bisschen durchspitzelt über die Bank hinweg, da ist das Herzogenhorn. Also der Platz hier ist wirklich wunderschön gelegen. Das muss man sagen, auch wenn es jetzt kein Gipfelkreuz oder sonst was gibt, aber der Ausblick ist genial. Und das war es schon wieder, wie es jetzt gemacht hat. Er hat das Wichstum. Um, das ist schön zu machen. Was war das Wichstum? Das war's für heute. Ich habe gerade gelesen, da unten kommt die Krunkelbach-Hütte und anscheinend kann man da einkehren. Ich weiß natürlich nicht, ob die offen hat, aber ich glaube, wenn die offen hat, dann würde ich mir, glaube ich, ein Kühlgetränk leisten. Mal schauen. Musik Und da hinten geht es wieder hoch. Ja, erstmal jetzt den steilen Abstieg, aber ich muss da drüben tatsächlich nochmal über so eine Bergflanke drüber. Nicht mehr so hoch wie da, das werden 200 Höhenmeter sein, die ich nochmal hoch muss. Aber man sieht, man kann sich nie darauf verlassen, dass man nur noch absteigen muss. Musik Ich bin oben, das, was ich euch gerade gezeigt habe, jetzt habe ich doch nochmal ein Gipfelkreuz mitgenommen. Ganz schön heftig. Und soweit ich weiß, müsste es jetzt da rüber gehen. Ich glaube, da gibt es nur nochmal eine kleine Steigung. Aber dann, dann habe ich den Höhenzug erreicht. Das wird eben ein kleines Moth Audiosndayen. Und da kommt Prünfecht. Und da müssen wir vielleicht auch noch jemanden kennenlernen, und gerade da gibt es noch gar Prince. Und da ist es nur, wie besonders dann auch ganz Le рук und so, wiegger sich das machen. ja ich habe es geschafft ich habe auch den letzten berg haben geschafft und vorher konnte ich noch mal ganz schön durch so eine ganz steile wand schräg durchlaufen ganz interessantes gestein sehr lehmiger boden kalkhaltige steine weiß gar nicht genau wie die dorthin gekommen sind aber das war sehr sehr spannend da durch zu gehen und jetzt bin ich hier schon einige meter abgestiegen und ihr seht hinter mir irgendwo wenn ich ein bisschen platz macht da kann man wieder auf den feldberg schauen und ich bin auch wieder an dem häuschen an dem ich schon beim ersten tag stand und ja das ist doch ideal um hier jetzt einfach auch mal noch ein fazit zu machen wie mache es am besten ich denke ich teile es einfach auf erst mal ein fazit von heute und dann noch mal ein fazit zu der ganzen tour also heute kann ich definitiv sagen die war sehr sehr herausfordernd also heute morgen klatschnass alles eingepackt weil das haus so wahnsinnig feucht war und innen drin natürlich im zelt war auch alles vom kondens sehr sehr feucht einfach weil die nacht mal wieder mit plus drei grad ziemlich kühl war und dann gleich die überraschung mit diesem wind wind bach wasserfall ich glaube so hieß es oder windbachtal und da die wasserfälle dazu das war ganz schön spannend das war eine richtig steile schlucht hätte ich überhaupt nicht erwartet und es war sehr sehr schön da durchzulaufen auch in st glasien war es mal interessant diesen dom zu sehen und dann habt ihr gemerkt habe ich mich entschieden wie komme ich jetzt hier rüber kilometermäßig und dem gewicht was ich hier hinten drauf habe mit über 22 kg und die entscheidung war goldrichtig im tal mit dem bussenstück zu fahren höhenmeter sind fast die gleiche geblieben die berge auf die ich wollte sind auch gleiche geblieben nur der teil im tal wo man an der straße entlang gefahren wäre ja der war der war dann einfach weg und das war auch gut so und so kam ich jetzt da oben einigermaßen rüber habe es gesehen es ging immer hoch und runter von einem tal ins andere das war noch mal recht herausfordernd also ich kann es jetzt einfach schon sagen zu dem gewicht da hinten also die 17 kilo etwa die ich auf hatte beim start die sind wirklich gerade noch händelbar aber jetzt die 22 da merkt man jedes kilo das macht wirklich keinen spaß mehr und ja die packraft ausrüstung ist tatsächlich ultra light aber am rest werde ich definitiv schrauben müssen der schlafsack der hat auch nicht mehr die wärme gebracht die er sollte ich musste mich nachts komplett anziehen von dem her da kommt jetzt definitiv was neues ja und jetzt zum fazit für die komplette tour ja also ich kann einfach nur sagen heiße warme tage aber sehr sehr kalte nächte das steht glaube ich für alle tage und für mich war tatsächlich so so diese idee es war ja eine spleenige idee wandern zu gehen bergsteigen klettern und auch noch mit dem packraft unterwegs sein also eigentlich macht man sowas ja nicht aber manchmal muss man irgendwelche träume halt verwirklichen und von dem her fand ich wirklich die kombination hier in todtnau am fels das wollte ich schon lange mal ausprobieren mit dem klettersteig set es hat richtig richtig spaß gemacht da gibt es auch ein video das verlinke ich euch mal hier oben und dann die besteigung vom herzogenhorn dem zweithöchsten berg dann rüber gelaufen zum schluchsee der wirklich auch als der schönste see im schwarzwald gehandelt wird dann die packraft tour auf dem schluchsee und dann nochmal weiter bis rüber nach st glasien und ihr habt es gerade gehört wie der tag für mich war es war ein besonderer tag aber wenn mich in zukunft jemand fragt willst du mit 22 kilo rumlaufen dann sage ich no go ich habe jetzt hier runter noch etwa zwei kilometer und dann bin ich wieder im tal am auto und keinen meter möchte ich mehr laufen also ich kann nur sagen mir hat die tour spaß gemacht ob ich sie zum nachlaufen empfehlen würde also gerade der letzte teil war ein teil wo sehr sehr viel übergangswege drin waren und wenig schöne kleine pfade das ist einfach weil weil ich halt jetzt die diesen diesen weg so gewählt habe der jetzt auch nicht viel anderen spielraum gegeben aber da würde ich sicherlich sagen einen tag mehr und lieber das ein oder andere highlight einbauen aber die anderen zwei tage über den jägersteig da am zweiten tag eine super super tour die geht auch noch mal am see unten entlang ich habe es auch im letzten video schon gesagt das ist ein rundweg und wohl auch der seeweg soll sehr sehr schön sein ich habe mich da gerade gestern unterhalten noch mit jemand der den komplett gelaufen ist also wirklich eine schöne region und eine tolle tour ich bin begeistert wie es euch gefallen hat würde ich jetzt gerne von euch wissen also wenn ihr möchtet schreibt einfach unten in die kommentare rein was ihr für erfahrungen gemacht habt schon beziehungsweise wie euch auch die tour gefallen hat es ist für mich immer ganz schön wenn ich ein feedback bekomme also ich wünsche euch jedenfalls alles gute bis zum nächsten mal und ich freue mich wenn ich euch bald wieder sehe tschüss